Hat jeder so einen Becher? Jo, wir haben einen Freuden-Aschen, oder? Nee, das ist so eine Mückenkerze und kann dann ein bisschen besser werden. Dann nehmen wir den Aschen. Wir brauchen den Freuden. Alle in Achtung? Ja. Er nimmt die Flasche aus. Ja, nein. Musik Wohnen Achtung Musik Musik Tschüss!